So, nochmal ein Re-Spin, diesmal mit Flaume, dem höchsten Symbol, was man im Re-Spin haben kann. Und schon. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass er hinten keine mehr dazubehauen hat. 7 Euro. Und auf 2 Euro. Und die 7, oh schön. Da war schonmal wieder 160 Euro sicher. Oh, eine 7. 320 Euro. Komm, noch eine 7. Nein, komm, mach eine 7. Komm, wenigstens noch eine 7. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? 와? Amen. In hier. Wir Europen geben den Leuten rein. Schön, schön schön. Ja. Ich geh mal mit Portugal und übern formen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade, hätte ein bisschen mehr erwartet bei 40 Cent Jetzt wird es ein bisschen spannend, mal gucken, ob er die Boosts mehr gibt. Jawohl, wenigstens etwas. Jawohl, nochmal, super. Komm, jetzt hau bitte zwei rein. Komm jetzt hoch rein, oder? Schade. 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 Vielen Dank.